Hey Freunde, was geht ab? Hier ist euer Gaming und Viteware. Herzlich willkommen zu einem ganz normalen neuen Video mal wieder. Heute spielen wir nochmal eine Bauling, nochmal eine Runde. Ich wollte einfach mal wieder, weil es einfach so Spaß gemacht hat beim ersten Video. Und deswegen machen wir das nochmal heute. Und wir spielen wieder mit 10 Runden und los geht's. Und ja, oi, das erste war nicht so gut. Oh, schade. Erste Runde. Fast alle umgehauen. Starten wir jetzt mit Runde 2. Ja, Leute, wir sind ja noch ein paar Tage bis Halloween. Aber bestimmt sucht ihr euch fleißig euer Kostüm raus oder habt ihr bestimmt schon. Was ist so euer Halloween-Kostüm? Schreibt mir jetzt in die Kommentare oder in die Live-Tube. Ich bin immer gespannt auf eure Ergebnisse. Also ich mache, ich stelle zu Hause und... Und ja. Keine Ahnung, ich mache mehr oder mehr Reise. Vielleicht gehe ich raus ein bisschen, tatsächlich. Verdammt. Also mit rausgehen am Halloween-Mai, ich kann's nochmal rausgehen, genau. Falls ich ein bisschen krank klinge, liegt daran, dass ich es wieder vorhin noch vorher. Also da ist vorher aus lange her aufgenommen. Jetzt geht's los mit Runde 3. Und in Runde 3 hau ich direkt alle um mir wieder. Ja, sehr cool. Sehr schön. Ich freut mich. Und? Schade. Warte. Jetzt kommt Runde 4. Jetzt kommt Runde 4. Versuch 1. Und jetzt kommt, dort. Verdammt. So, jetzt kommt Runde 5. Ui, bei Runde 5 hau ich direkt alle um. Jetzt kommt Runde 6. Ah, schade. Ah, Runde 6. Ja, was? Gut. Kommt Runde 7. Ah ne, erst mal Runde 6. Jetzt kommt Runde 7. Jetzt kommt Runde 7. Ah, schade. Jetzt kommt Runde 8. Falls ich nicht richtig mitgezählter habe, sorry Leute, mein Kopf will ich mir wieder abzeichen. Falls ich nicht richtig gezählt habe, einfach von einem ganz vorzumzählen. So, jetzt kommt Runde 9. Jetzt sind nur noch Runde 8. Falls ihr mich erzählt habt, dann leute ich an und schreibt sie in die Kommentare. Dann leute ich an, wenn man einfach keinen Bock so zählt. Jetzt kommt Runde 9. 3. Ui, das war nicht schlecht. So, jetzt kommt Runde 10. Ich hoffe, dass ihr euch dieses kleine Video gefallen. Wir sind es dann in ungefähr zwei Tagen wieder. Vielleicht kommt daneben nochmal ein Video. Weiß ich das gar nicht ganz genau. Aber sonst würde ich noch einen tollen guten Tag. Haut rein. Tschau, tschau, tschau.